hallo und herzlich willkommen mein name ist captain minion heute kommen wir zu einer weiteren escape from tarkov aufgabe und zwar vom peacekeeper spartour part nummer vier es geht um folgendes wir müssen zwei generatorenplätze auf shorelines finden der eine ist im rechtwing der eine im leftwing also einem right und dem eastwing beides im raum 220 im eastwing benötigen wir noch ein key dafür ich werde euch gleich zeigen wo wir den key finden können und dann würde ich einfach mal sagen starten in die mission rein und legen los so kommen wir nun zum ersten schlüsselfundort für den eastwing 220 und zwar ist es hier an die cottage gebäuden geht ins erste rein einfach hintenrum die tür öffnen und hier an der wand seht ihr schon da ist der 220 key tut ihn direkt examinieren wenn ihr ihn noch nicht habt man könnte auch sehen hier 220 perfekt können wir die wings rein und die generatoren finden so wir sind jetzt angekommen beim health resort direkt beim eastwing schocken wir jetzt auch direkt rein lange räder kurzer sind raum 220 noch eine kleine anmerkung einer ganzen sache wir brauchen nicht den schlüssel für den east sondern für den westwing raum 220 damit ihr noch mal bescheid wisst so erste etage hier sind die räumen ab 200 müssen wir nur noch hier die richtige raumnummer finden wir gehen abwärts ich muss weiter hoch 210 haben wir hier das ist verkehrt weiter hoch wo man nicht so viel krach machen und ich sehe schon hier ist auch ein generator direkt vor der tür könnt ihr euch als orientierung nehmen wie wir sehen im eastwing ist es auf und wir brauchen auch nur hier kurz rein laufen in die position und dann haben wir da direkt auch den ersten right wing erfolgreich gefunden und abgeschlossen also auf zum westwing so jetzt zum westwing ja ja die bots die holen wir da rein aber keine zeit mich dann aufzuhalten weil ich hab keine wache dabei schmucken wir einfach rein kümmern uns weiter gar nicht um den ab nach oben mal kurz medik einnehmen feuchiger unfall auf nach raum 220 wo haben wir ihn dann hier 221 222 den öffnen wir mit den key jetzt brauchen wir hier einfach nur auf den balkon aber in den anderen raum rein lucken oder schauen besser gesagt jetzt sehen wir schon hier aufgabe abgeschlossen left wing auch gefunden wunderbar mission abgeschlossen sehen wir uns bei der abgabe wieder so wir sind raus aus dem raid jetzt brauchen wir nur noch die mission abgeben good job my friend das weiß ich holen wir uns die belohnung rein ein paar dollars wunderbar wenn es euch gefallen hat lasst mir ein like und ein abo da ihr könnt auch einen kommentar schreiben wenn ihr wollt und ich wünsche euch viel erfolg und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal